Hallo Freunde, ich bin heute in Frankfurt bei Mr. Dan von Dan's Addiction. Und ja, Frankfurt ist eine schöne Stadt, deswegen zeige ich die heute mal ein bisschen. Genau, ich wünsche euch viel Spaß. Vergesst nicht zu abonnieren und natürlich ein Däumchen nach oben, nicht nach unten, nach oben, hinauf, hinauf. Gut, vielen Dank und viel Spaß. Bis dann. Gut, vielen Dank. 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 Gut, vielen Dank.